. Meine Mutter hat immer gesagt, Karl Marx ist ein Kommunist. Und dann war die Sache erledigt. Also über Karl Marx wird eigentlich sehr viel hier in der Stadt geredet. Gerade so was jetzt in den jugendlichen Szenen, sag ich mal. Uns geht es in der Ausstellung ja nicht darum, Marx zu verherrlichen oder zu verdammen, sondern wir möchten ein differenziertes Bild vermitteln über die historische Person Karl Marx. Die Hintergrund ist das sehr gut mit der Verheilung. Ich habe es erhöht, weil ich ein paar Tage nicht bin, die Hände nahm sich an einen Bogen für einzuschlafen. Ich habe das aufgeregt. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020